Es ist natürlich eine mentale Herausforderung, ganz klar, vor allem so ein DTM-Rindwochen, die ist natürlich anstrengend. Kommt natürlich jetzt die doppelte Anstrengung auf einen zu, wenn nicht noch viel mehr. Es ist natürlich eine wahnsinnige Herausforderung, gerade jetzt Brands jetzt 98 Runden, über zwei Kilometer gefahren und jetzt fahren wir gleich 24 Stunden, weit über 20 Kilometer. Also es ist natürlich eine extreme Herausforderung. 24 Stunden Rennen zehren recht extrem schon, auch wenn du nur das 24 Stunden Rennen fährst. Ich bin jetzt davon ein komplettes DTM-Rennen-Wochenende gefahren, deswegen wird es eine Herausforderung, aber ich glaube, die ist zu bewältigen. Ja, sensationelles Wochenende, nicht nur für mich, sondern ich glaube für BMW, ganz klar. Es ist ein Top-Ereignis hier am 24 Stunden Rennen und es macht definitiv Lust auf mehr. Die Performance vom Auto ist definitiv da.